Jo Pauli, Arbeit ist voll anstrengend. Was hättest du für einen Urlaub? Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Was soll ich jetzt damit buchen? Ich habe doch hier mein Liebiger Konto, das Sparkassenkonto. Da gibt es mit dem richtigen Konto 6% Cashback. Ja geil, da kann man 6% sparen und beiseite legen. Ja, oder wir sparen das nicht, sondern wir haben einfach 6% mehr Spaß an der Poolbar. Oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir den Leuten zuerst von dem Gewinnspiel erziehen oder von dem Angebot? Gewinnspiel. Gewinnspiel? Okay, Gewinnspiel. Pass auf. Auf meinliebiger.de, für alle teilnehmenden Kontoinhaber, 3000 Euro für 2 Personen Gutschein. Allerdings müsst ihr euch beeilen bis zum 15. März. Könnt ihr gewinnen. Also los, los, los. Wir blenden euch nochmal ein, hier mitmachen, dann könnt ihr vielleicht nicht nur 6% sparen, sondern 100. Juhu. Ach und das Angebot, für alle, die ein Upgrade auf meinliebiger Konto machen oder sich einfach ein neues holen, da gibt es 10 Reisegutscheine zu gewinnen im Wert von 50 Euro. Ja Leute, also das ist jetzt wirklich mal ein Argument, los, Konto upgraden oder wechseln. Genau. Ab in den Urlaub. Wo wollen wir jetzt hin? Hast du schon überlegt? Überall. Überall hin, ne? Ah, das ist gut. Ja. Ohle, nun komm. Wir müssen los, der Flieger geht gleich. Ja, ich guck schon mal hier so Pool-Optik und so, ne, muss ja alles stimmen. Warte, ich komm, warte. Ja, komm. Ja kommst du hoch, oder was? Geh los, Urlaub. Ja. 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 Ja.